Hallöchen und herzlich willkommen zu Bildscharfmachen Simulator 2015 Barca Life is Strange Episode 3 Wie geht das? Wie geht das? Wie geht das? Wie soll ich das Bildscharf kriegen? Ich verstehe es nicht. Bildfuchse, tut mir leid, ich gucke das jetzt mal nach, weil das hält mich jetzt gerade ein bisschen auf. Ah, mit den Maustasten muss ich auch noch was machen. Wie geht das? Wie geht das? Wie geht das? Ja, ich... ja, ich bin einfach... Okay, Chloe, gib mir die thumbs-up oder thumbs-down. Jetzt sind wir 13, okay. Wie geht das? Wie geht das? Wie geht das? Wie geht das? Mann, ich erinnere mich, Chloe das zu lesen. Aber nicht nach heute. Tween Life, Girl Gamers. Du wirst den Chef fragen. Genau, wie du hier bist der echte Küche? Was ein Müll, das wir gemacht haben. Ich erinnere mich an die coolen Drehungen, die ich mit Chloe gemacht habe. Ich möchte das wissen. Noch ein Magazin? Chloe war so into Manga. Schönes Haar. Ah, die Haare kommen mir bekannt vor von Chloe heutzutage. Broschüren, ich glaube, das gucken wir uns nicht alles an, ist ja klar. Oh, DVDs. Oh, ja, ich vermisse Movie Nights hier. Cookies und Popcorn. Hallo? So. Hey Honey. Just making a fabulous breakfast with Chloe and Max. We're all going to work at the Two Whales. So. My family never took fun, goofy photos like this. Oh, you know you had to get groceries. Of course, I'll come pick you up. Now I'll have an excuse to get a mocha. Be there shortly. Love you. I have to stop William from taking his car today. So, ladies, I have to go rescue yonder queen at the Save Mart. She doesn't have many bags of delicious grub for us to feast upon. You are ridiculous. You'll be grateful for that someday. Shit, where are my keys? That's a dollar for the swear jar. You mean your college fund? Keys, please. Where are the keys? We have to find them. Or we'll let him find them. And then we'll get them. Can we go back? Yeah. No, not so far. Oh man. I just wanted to test if we can go back. Can you remember how many eggs? Mom said it depends. No. That's true. So how many eggs? Don't you dare question the chef. Right. Like you're the real cook here. Wow. It's all blurry here. Like I can't step out of the photographic browns. I'll let her know that. Here's a photo. I'll just make a photo. Strike a pose. Make me a star. Just make me look young. Okay. Let's talk about him. Uh, Mr. Price, in case you're thinking about using your car, I heard there's awful traffic and road construction, so you shouldn't drive at all. Max, you're the road warrior. I promise, if I have to go anywhere, I'll drive like I'm taking a test. Fair enough? Not really. I just know the roads are bad and stuff, so... So you... Since you're obviously my personal GPS, I feel safer already. So don't look so worried, Max. Hello? Hey, honey. Just making a fabulous breakfast with Chloe and Max. We're all going to work at the Two Whales. What? Oh, I didn't know you had to get groceries. Of course, I'll come pick you up. Now I'll have an excuse to get a mocha. Be there shortly. Love you. Excuse me, ladies. I have to go rescue yonder queen at the Save Mart. She does have many bags of delicious grub for us to feast upon. You are ridiculous. You'll be grateful for that someday. Shit, where are my keys? That's a dollar for the swear jar. You mean your college fund? Keys please. We'll wait until they found them, then we'll go back to them. Aha! So. Oh. Hey, she was right away, right? Hello? Hey, honey. Just making a fabulous breakfast with Chloe and Max. We're all going to work at the Two Whales. What? Oh, I didn't know you had to get groceries. Of course, I'll come pick you up. Now I'll have an excuse to get a mocha. Be there shortly. Love you. Love you. Excuse me, ladies. I have to go rescue yonder queen at the Save Mart. She don't have many bags of delicious grub for us to feast upon. Oh, yeah. I miss movie nights here. Cookies and popcorn. Shit, where are my keys? That's a dollar for the swear jar. You mean your college fund? Keys please. If he found it, I'll go back a little bit. Ah. Aha. You can't hide from me forever. Now lock up after I leave. Play nice. Try not to destroy too much of the house. And no Chloe and Max wine tasting session. Dad. Don't blow it. Because tonight your mother promised to make us a world famous salmon surprise with chocolate cake for dessert. Max, you'll be here too, right? She's never leaving me. That makes all of us. And no Chloe and Max wine tasting session. Dad. Don't blow it. Because tonight your mother promised to make us a... I'm going to do it. I have to try. I have to. I was put here to use this power to save William. For Chloe. So. Now we can. Okay. Score. Okay. Hello. Hey honey. Just making a fabulous breakfast with Chloe and Max. We're all going to work at the Two Whales. What? Oh, I didn't know you had to get groceries. Of course. I'll come pick you up. Now I'll have an excuse to get a mocha. Be there shortly. Love you. Excuse me ladies. I have to go rescue yonder queen at the save mart. She don't have many bags of delicious grub for us to feast upon. You are ridiculous. You'll be grateful for that someday. Shit. Where are my keys? That's a dollar for the swear jar. You'll be grateful for that. There's nothing else in school today. You'll be grateful for that tomorrow. You'll be grateful for that tomorrow. You're grateful for that tomorrow. You're grateful for that tomorrow. We can see what else there is going to do. I'll do everything well together. Wieso hat er so ein Ding drin? Das gibt's doch nicht. Ich habe doch eine Schlüssel schon. Ich habe doch eine Schlüssel schon. Oh, ich wusste nicht, du hattest die Schlüssel. Natürlich, ich komme dich an. In der Kekspackung? In der Pflanze? Entschuldigung, meine Damen und Herren, ich muss mich an der Kekspack zu retten gehen. Sie hat nicht so viele Kekspacken, um uns zu feiern. Du bist witzig. Du wirst noch niemals dankbar sein. Verdammt, wo sind meine Schlüssel? Das ist ein Dollar für die Swear-Jahr! Du meinst dein Kekspack? Schlüssel, bitte. Kann ich jetzt nicht irgendwie überspringen? Das ist... nervig. Ja, wo sind die Schlüssel? Ein weiterer Dollar für die Swear-Jahr! Du hast mich verlinkt! Ich wusste, dass... Nein, nein. Das ist so ärgerlich. Jetzt muss ich wieder so weit zurückspulen und... Oh, das nervt. In der Couch. Was? Was? Äh, jetzt... Warte mal... Da genau. Hm... Ich dachte, das war richtig. Das ist hier. Es kommt alle 15 Minuten und da wird viel Platz für dich und Joyce und Geräusche und es hilft, es hilft, die Umwelt zu verändern. Du hast mich already. Ich bin auf die Yandere Bus Stop. Joyce will love this. Max, du bist so fucking strange. Du fühlst okay? Chloe, ich bin awesome. Wir sind awesome. Die Beerdigung fand nie statt. Sie konnten auf den Rummel gehen. Campingausflüge. Ihr Vater war also immer dabei. Ach, ist doch schön. Was? Ach so, fand nie statt, diese Hochwelt. Ja. Stattdessen blieben die verheiratet, lieben sich. Die zwei werden sich nie streiten, weil... Ja. Sie kriegt ihr erstes Auto geschenkt. Auch schön. Oh, der ist schön. Und jetzt? Was ist jetzt? Was? 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 Stella? Oh no. This is totally fucked up. What else have I changed? Chloe. Was? Das ist so eine ungewohnte Realität. Das ist alles komisch. Aber was ist mit Chloe? Ich hoffe, die hat jetzt nicht so einen Autounfall gehabt und ist gestorben oder so. Ach was. Ich wünsche nicht passiert sein. Ich denke einfach mal, dass die sich dann auseinander gelebt haben und ja, soweit ist alles okay. Hoffe ich zumindest. Ich wünsche dir das. Ich wünsche dir das. Ich wünsche dir das. Musik Oh Gott Wo sind die Bahne gestrandet? Das verstehe ich jetzt Oh Gott Boah, ich finde sowas immer traurig Ich habe ein schlechtes Gefühl, wenn hier schon so eine Musik kommt Die ist bestimmt tot Musik 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 Ich weiß, dass sie sterben hat, um dich zu sehen. Hör auf! Chloe, du hast einen Besuch! ... ... ... ... ... 8. 5. 6. 18. 19. 20. 21. 21. Das ist hart Mir fehlen die Worte Das heißt, mit der Entscheidung, Chloes Vater zurückzuholen ins Leben, haben wir Chloes Leben komplett verändert Jetzt ist die Frage, können wir das wieder rückgängig machen? Entschuldigung, ich bin gerade echt baff Ja, das war auf jeden Fall Life is Strange Episode 3 Chaos Theory Und ich hoffe, ich kann im vierten Teil dann die Entscheidung wieder rückgängig machen Ich hoffe es Weil das ist krass Das ist wirklich richtig krass Ich bin echt schockiert Das gibt es gar nicht Das hat mich jetzt mehr mitgenommen als das Ende von Life is Strange Episode 2 Und das war ja schon krass Mit dem versuchten Selbstmord von Kate Aber das, das setzt dem Ganzen noch eine Krone auf Eigentlich kann man so sagen Max und Chloe gedreht Wie sie zusammen schwimmen gehen Zusammen lachen Übernachten, frühstücken Halt was beste Freunde auch machen Und dann Und dann Ja, dann passierte das mit dem Bild Und auf einmal ändert es sich alles Das ist hart Also ich wiederhole mich da Aber das ist einfach hart Also das ist Menschen mit Behinderung Und Behinderung Sind So starke Menschen meistens Die So ein Kämpferherz haben auch Und Ja Da passiert ein Unfall Und du bist schon ein Ein behinderter Mensch Es muss nur eine bestimmte Reihenfolge nicht stimmen Ein Ablauf von paar Sekunden Und du bist querschnittsgelähmt zum Beispiel Du hast einen Autounfall Du fällst von irgendwo runter Land ist falsch Das ist Das geht schneller als man denkt Und Gut In dem Fall war War der Ablauf so Wäre der Vater nicht Am Leben Wäre David ins Spiel gekommen Und hätte ihr so eine Rostlaube geschenkt Wahrscheinlich Wo sie Es hat einfach den kompletten Ablauf geändert Und es wäre nicht dazu gekommen Boah Ich muss einen Schluck trinken Kein Alkohol Keine Sorge So Wir haben das Geld geklaut Ja Äh Wir haben Chloe geküsst Hat auch die Mehrheit Wir Haben Chloe beigestanden Haben auch die meisten Wir haben Franks Hund gerettet Also was heißt gerettet Wir haben ihm nicht weh getan Frank has David's gun Die haben wir nicht gesehen Jo Wer ist Lisa Wer ist Lisa Oh nein Nicht der Hase Oder Der konnte man ja nicht hin Doch mal Wir haben Warren nicht geholfen Aber wir haben uns das Nein Wir haben nur die Note angeschaut Bei dem anderen Wir sind auf der Vortex Club Party Liste Wir haben es nicht geändert Wir haben auch die Cops Message nicht weggemacht Wir haben Alicia geholfen Wir haben die alte Obdachlose gewarnt Wir haben ein Vergangenheitsfoto gemacht Und wir haben nichts Auf dem Feuer Ich bin grad echt sprachlos Tut mir leid Und das sind Teil 4 Das sieht wohl aus Als würde in Episode 4 Dann die große Weltuntergangsparty stattfinden Yippieiei Da freuen wir uns jetzt alle drauf Aber bis dahin sage ich Danke fürs Zuschauen Das war Episode 3 Von Life is Strange Ich bin immer noch Ein bisschen schockiert Oh man Ich glaube Das war die Episode Wo ich am wenigsten geredet habe Aus dem einfachen Grund Weil es sehr viele Sprechszenen Viele Filmsequenzen gab Und ich einfach teilweise geschockt war Jetzt am Ende zum Beispiel Ja Gut Und wir sehen uns dann Morgen Mit Episode 4 Bis dahin Euer Milchfurcht Wenn es euch Spaß macht Schaut euch doch Die anderen Teile an Sofern ihr das noch nicht getan habt Und Ja Abonniert mich doch Wenn es euch gefallen hat Das würde mich freuen Und Würde Den Schock auf jeden Fall Verdauen Oh Gott ey Ja gut Das war es von Episode 3 Von Life is Strange Tschüss Euer Milchfurcht